Okay, da würde ich jetzt euch erzählen meine spannende Geschichte auf PokerStars. Da war es letztes Jahr, da habe ich ein Hammerkonzert im Studio gehabt und da war so ein komisches Freeroll 100.000 wegen der Homegames. Und da habe ich über 10 Stunden lang gespielt und am nächsten Morgen haben wir ein Konzert gehabt und da war ich fertig. Und in Rotzalem habe ich über 100 Dollar, glaube ich, gewonnen und das war's. Das war meine spannende Geschichte auf PokerStars. Truda Rulz.